Es wird vorkommen, dass eure Idee nicht von Anfang an perfekt ausgearbeitet ist. Das ist gar nicht schlimm, sondern völlig normal. Wenn sich die Idee zum Beispiel in der Ausarbeitungsphase befindet, werden eure Mitschülerinnen und Mitschüler Verbesserungsvorschläge machen, die ihr, falls nötig, in die Idee einarbeiten solltet. Dazu müsst ihr nur auf den grauen Stift gehen. Jetzt könnt ihr Titel, Beschreibung und die Kategorie ändern. Ein Klick auf Änderung speichern sichert die aktuellste Version.